Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind nach wie vor beim Wort der Erinnerung und haben im letzten Part noch die seltene Waffe für Mahagod bekommen. Sehr fein. Dann gehen wir doch einfach mal weiter, ne? Wen haben wir denn da? Ja stimmt, da war ja ein Bosselein, ne? Ja, mal schauen, ob wir ihn dieses Mal bezwingen können. Ja. Ich habe mich übrigens vertan. Ihr konntet Azokali besiegen. Ich werde euch erledigen. Ich habe mich vertan, diese seltenen Monster, die ich geglaubt habe, mitzukennen, sind in Wirklichkeit diese Endgänger hier. Das heißt, es erwartet uns danach nichts mehr. Tut mir sehr, sehr leid, dass ich mich vertan habe. Ich hoffe, es ist kein Hals- oder Beinbruch für euch. Ich werde Martin einsetzen. Ich bin mir zu sicher, ob ich das machen soll. So. Silentiumkralle. Dara Homing. Ist jemand erkrankt? Oh. Nein, kein Magazin. Passt. Da kommt Buddy. Ich bin sicher. Ja. Sehr gut. Boah, 9999. Das ist effektiv. Und nochmal 9.999, wenn es weiter geht, sind es die Gegner hin, vorher. Haha, Zauber-Zauber, Vita, auf ein, oh ja, machen wir mal so, du Sack, geklaut. Das ist schon das zweite Mal, oder? Haben wir das im letzten Partner geschafft gehabt, ich hatte es meinen letzten Partner. Du, Mann, das. Und die Bisschen. Diebstahl fehlt geschlagen und wir brauchen, oh mein Gott, Fönix, wie zu wenig Mana, ach jetzt, oh, ich habe ihn wieder mal, ja. Ohne Worte, der ist echt stark. Ja, für diese Bosse ist es empfohlen, Level 90 bis 99 zu haben. Und wir sind, äh, ich meine, ich bin größenfahnsinnig und mache das schon jetzt. Tut mir sehr leid. Ja. Ach ja. So. Hm. Federstiefenstiefen, alles klar. Die Genji-Rüstung haben wir so nicht bekommen, jetzt müsste ich fast aufpassen mit den Damage, Weil der Steiner haut das Ficht noch weg. Vielleicht absorbiert man so. Wo ist das? Saugell. Heilige Magie. Auf Zitane mal. Damit er weiter stecken kann. Das klappt nicht. So. Das schaut schon mal sehr gut aus. Jawohl. Liebstahl fehlgeschlagen. Sehr gut. Und nochmal saugen. So. Also der liebe Ico mit dem Mikra führt den Steiner. Wir stecken jetzt den Fisch völlig weiter. Die Genshi-Lüstung wäre schon noch cool, wenn ich zusammenbringen könnte. Das wäre echt eine Geschichte. Sehr gut. Das wäre da alle irgendwie gewesen. Sehr gut. Ich bin still fehlgeschlagen. Nicht gut. Regener könnte man vielleicht verteilen. Auf Ico wäre vielleicht nicht schlecht. Wer fehlt? Sehr gut. Ich trau mich einmal noch. Scheiße, schon zu viel. Das wäre jetzt echt doof. Dann fehlt die Genshi-Lüstung nicht, glaube ich. Oh Gott, er lebt noch. Aha! Er lebt noch. Der Holzmichel steht nicht so. Na los, Titane. Du kannst das. Ich verteidige einfach mal. Ich hätte schon gern... Ich habe es übersehen, ob wir die Genshi-Lüstung schon spitzten haben. Ich glaube nicht. Der kleine Feuerwerk ist nicht so. Auf Traum. Ich hätte wirklich Angst, dass er wirklich stirbt. Oder war er derjenige, der keine hat? Ich glaube, es gibt nur drei Teile, ne? Das könnte mich jetzt auch so, dass er der ist, der keine hat. Das sind alle gewesen. Der ist noch mini, glaube ich, ne? Wer fehlt? Sehr, sehr gut. Puh. MP absorbiert. Ja. Ich hau noch mal drauf. Ich trau mich. Ich denke, wird es eh schon wieder zu viel sein. Na, geht's hinaus? Kommt er. Na, super. Atemschluss. Okay. Wo ist er hin? Steine ist verschwunden. Er ist nicht mehr im Team. Du Dreckskerl. Dann hau' wir den jetzt weg. Er ist ein Mistkerl. Ja, das ist er verreckt. Sauer. Super. Steine hat's weggewebt. Dunkelschweif. Phönix werde ich irgendwann bekommen. Ihn ein Erfolg, ne? 8.820 Gilt. Ach so, weil wir Diamant besiegt haben. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt eine Genji-Rüstung hatte. Ka. Liebe Aiko. Bitte. Sei so gut. Ach, ich brauche nichts heilen. Okay. Mana wäre... Mana wäre wenig. Aber ein kleines Röpfchen nehmen wir gerne. Ich glaube, das waren keine Armtropfen. Das wäre Echokraut. Das Echokraut. So. Jo. Gehen wir halt weiter, ne? Das schaut schon so verdächtig aus, dass ihr etwas legen könnt, ne? Alter. Hm, was sind wir hier? Alexandria? Lebt Blumen? Keine Ahnung. Oh, wir haben Vorteile. Wie schön. Boah, der hat gesessen. Wie schön, wenn wir nicht gleich reichen, oder? Jo, du kannst mir nicht vergiffen, du bist Kerl. Dann deuten wir eigentlich schon bald das große Finale ein. Wer hätte das gedacht? Wer fehlt? Na, du bist Viech? Ja. Grohl, die ja noch. Ja, nur keine Damage. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Ja. Oder so. Sehr gut. So, der will ab. Jetzt glaube ich noch mal keinen aus. Nein. Anti-Tod, Phoenix-Feder und 2700 Gilt. Ein bisschen drüber halt. Ja, haben wir kommen. Jawohl. Ich will eine Waffe. Da ist bestimmt irgendwo eine. Ah. Ja. Was tun? Selten wäre gut. Und? Jo, speichern wäre auch gut. So. Darauf bitte. Perfekt. Ich sag immer Ort der Erinnerung, ne? Ruine der Erinnerung heißt hier, glaube ich. So, gibt's hier noch so'n Gang? Hier hat's gar noch ne Waffe. Oh, dafür kriegen wir nen Gegner. Und hier, wie viel? Ja, nimm mal Martin. Felix wird er geklaut, sauer. Ich sollte es hier lassen, aber ich bin nicht ein bisschen. Einfach auch nicht ein bisschen. So, okay. Ich glaube, jetzt sieht das aus, ne? So, zweimal. Einmal Aiko, einmal Steiner. Beide Level up erreicht. So wie ich Fenix-Feder bekomme und ein bisschen gehen. Sauber. Sauber. So, wir sollten heilen. Wir benutzen Vita. So, alle fit. Sehr gut. Ich hätte gerne bitte eine weitere Waffe. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, in irgendeinem Eck ist was, ne? Boah. Sehr gut. Jawohl. Herzigen Kopf. Reflekt Reflekt Ja Dann greif mich halt so an Normalerweise eine Bestia macht nix aus Das ist kein Magie-Geschichtl-Dingens Wir müssen es normal einsetzen Stopp Völlig wirkungslos Natürlich Bravo Wenn ich jetzt Becker flippe, dann nehme ich ab Was jetzt nicht schön wird Natürlich nie wieder ab War so klar Das heißt, diese Bosse muss ich nur mit Vorsicht bingeln Oh, bub, bub, bub Wie wird Level Up erreicht? Entschuldigung War fast zu spitz Wieder 2700 Skill Ein bisschen drüber und High Pauschen haben wir bekommen Gut Eiko Äh Engel und so Sehr gut Und Pita Passt Tut mir leid Herr Steiner So Da Achso, wieder Karten spielen Da gibt es glaube ich auch einen Erfolg, wenn wir 10 Duelle schaffen Wo sind wir hier, frage ich mich gerade Aha, da geht es weiter Und sie haben keine Waffen mehr? Schreie Da habe ich sicher was übersehen Traue ich mich schon wetten Da Da Lupschi So Die tote Soilette Ja toll Vielleicht darf sie es selber Geht auf die Steine, ist klar. Und Fälschrichtung. Mit einem Schlag ist der hin. Ich hoffe, das kann ich schon mal schwächen. Ich dachte, ich kann den schwächen, einfach so. Irgendwie, ne. Es schaut jetzt schon fast so aus, als hätten wir was gegen Steiner. Wie gemein, ey. Also, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. So, das ist sauerreich. So, ich werde mal die Potions bei ihm einsetzen, weil die brauchen wir eh nimmer. Genauso wie die Hay-Potions. So. Großartig ist das, wirklich. Apropos, Appality. Können wir dir was Gutes tun, lieber Mimi? Na, nur Auto-Potion. So ein Konterzauber wäre vielleicht nicht so schlecht. Konterzauber wäre vielleicht nicht so schlecht. So. So. Gegenst du mehr Waffen? Noch ein Gegner. Ah, der spielt da. Den kann man jetzt aber schwächen. Stopp, ne? Ah, da muss ich um die Pfade. Ah, was machen wir jetzt für Spaß? Stopp nochmal, okay. Hä? Wie kann das uns wirken? Ach, soll ich nicht sagen? Habe ich scheinbar nicht gelernt. Also, aktiviert. Als Aktivität. Waffenwert aber nicht, was tut das mit Stopp verhindern? Also, Windschweig, Stein, Gips. Stein ist sowas, oder? Goldnadel? Ja. Dann kann ich's noch mit dem alten Heilmittel probieren und dann bin ich schon erfährt mit meinem Datei. Ach so. Ja, so geht's auch. Aha, das hat verfehlt. Ja, das hat geklappt. Okay. Die Wiesleider unbrauchbar. Das hört sich furchtbar an, aber es ist leider so ein Schneesturm. Immer noch nicht hin. Nochmal ein Heilmittel probieren würde ich nicht zuhause. Ah, es gibt Steiner wahrscheinlich wieder. Ah, ja. Okay. Dauert ein bisschen. Bis denn ist die Mutzung kaputt. Boah, ey, der gibt Gas, ne? Jetzt ist wie, wie gestorben. Ey, halt's nicht aus. Da fällt mir nichts mehr einzusagen. Ja. Glückwunsch. Leere der Ninjas. Wo, wo, wo. Äh, die Dain's Leber abereicht. Wohnt abrichtig. Ja, und Wiesleider gestorben. Ja. So. Ähm. Ability. Wieder mal den Engel. Ist ja... Na, passt schon. Die Mahler ist natürlich auch vorbei. Da nehmen wir einmal Eta. Da haben wir auch Nummer 5. Autsch. Da wechseln 15. Nehmen wir. Ja, das hätten wir jetzt sparen können. Naja. Hm. Äh, falsch. Anliegen. Na, nicht du. Zitane anliegen und so. Hier geht nichts besser, ne? Nein. Und da. Nein. Hier. Nein. Da. So. Und hier. Nein. Ginget beim Helm Steine was? Nein. Nö. Da geht überhaupt nichts. Okay. Dann halt nicht. So. Dann bin wir halt hoch, ne? Da habe ich sie jetzt schon die eine oder andere Waffe übersehen, fürchte ich. Was? Zwei Monde. Nein. Keine Monde. Aber ich kenne diesen Anblick irgendwoher. Ja, Gaia und Terra, ne? Es ist der Planet Gaia, euer Planet und Terra bei seinem Versuch, Gaia zu verschlingen. Vor 5000 Jahren war die Lebenskraft des Planeten Terra bereits fast erloschen. Es wurde nach einem neuen, lebenden Planeten gesucht, um ihn zu übernehmen. Aber auf dem ausgewählten Planeten Gaia war bereits Leben vorhanden. So hat alles begonnen. Vor 5000 Jahren? Genau. Das gleiche Bild haben wir in Oilwärts gesehen. Das Leben Terras war am Erlischen. Zeit für große Überlegungen war nicht mehr vorhanden. Und aufgrund der gewaltsamen Verschmelzung wurde Gaias Zivilisation damals völlig vernichtet. Aber das gealterte Terra war bereits zu schwach, um sich Gaia anzueignen. So entschied ich mich, den Baum Ifas zu erschaffen, der langsam die Seele Terras in den Kreislauf Gaias einflüssen sollte. Na toll. Ja, das ist halt so, ne? Wenn man überleben möchte, ist man oft zu allem bereit. Ja, ja, du mich auch. Und auf geht's. Ja, du mich auch. Schuss. Ha ha. Schuss. Exaviation. Love, Love! Kara Homie! He desperately! Sissure! Sauber! Jetzt kriegen wir nie wieder alle Epis Oh! Level Up für Aiko! Antitode, Phönixfeder und 2700 Gil! Gil, Gil, Gil! Sauber! So! Lauf, 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 lauf! Hm! Was haben wir da? Jo, Zelten wäre mal gut Wir haben bald keine Zelte mehr So, und Speichern Äh, da hin Na schön! Irgendwie gibt es hier keine Waffen mehr Das ist aber schon ein bisschen seltsam Ich hätte schon gerne noch die eine oder andere gehabt Gibt es hier noch ganz ganz viele eigentlich Vollkommen schön So! Ah, du! Dich hatte man auch schon lange nicht mehr, ne? Hühnchen! So! So! Der hat gesessen! Ähm! Ja! Ich würde sagen, Martin, ne? Oh! Eiko ist sauer! Jetzt geht's immer die Kuh! Puh! Der hat gesessen! Wir signature die Kuh! Bei Maria? Bei Maria? Bei Maria? Bei Maria? Ich trage sie! Ja, der hält der Waukos aus, ne? Der Kerl. Ja, wollen wir jetzt das nicht. Sehr, sehr gut. Einmal für Steiner, einmal für Vivi. Zweimal Level Up, sehr gut. Eine Phönixfeder und ein bisschen Gild haben wir bekommen. Oh, das ist hier kein Ding, das wo Waffen gibt. Versteckte? Oh, Quina. Ein Meerwachs mit leckeren Fischendampf. Äh, was machst du da eigentlich, Quina? Ich werde jetzt die leckeren Fische fangen, die hier im Meeren flimmen. Aber irgendwie ziemlich wenig Luft hier, Manns. Sogar sehr wenig Luft, Manns. Ich glaube, ich esse dicke Manns. Vielleicht sollte dir einfach bewusst werden, dass hier gar kein Meer ist. Also, ich kann ganz normal atmen. Kein mehr, Manns? Du hast recht, Manns. Ich kann wieder mal atmen, Manns. Aber jetzt sind leider auch die ganzen Decker und Fische weg, Manns. So, vielleicht ist hier seine Gabel versteckt. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf. Aha. Ah, was, was? Da haben wir was. Mysteriöse Stimme. Wer wagt es, mich in meinem Schlaf zu stören? Verschwindet, wenn euch euer Leben lieb ist. Nichts, ich sie weg hier. Bleiben? Ihr wollt also bleiben. Dann sollt ihr sterben. Oh. Mit Zeit? Hör auf. Um Gottes Willen, wer ist denn das? Ah, das könnten jetzt die 90er-Viecher sein, ne? Das könnten jetzt die 90er-Viecher sein. Schutz. Ich habe keine Ahnung, ob wir die schaffen. Storbit. Der wird wirklich gar nicht loswerden. Schutz. Ich habe nur Glück gerade. Wo war der 1-Gar? Komm her. Reflektringstippelstippe. Steiner gibt auch schon Gas. Und jetzt kommt die gute Aiko. Sie heilt sich mal kurz. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Dann sind es doch seltener, ich kämme die Maus. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan mehr. Wir rufen... Maddy. Richtklinge. Oh mein Gott. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich habe es falsch gemacht. Ich hätte die Zitane heilen müssen. Der könnte echt zu stark sein für uns, ja. Mhm. Spalt. Spalt. Wusch, ja. Ui, ui, ui. Richtklinge. Mhm. Okay, Aiko braucht nur noch heilen. Okay, also Vivi muss ich anfangen, selber zu heilen. Wow. Spalt, ja. Jetzt ist das Einkopf dahin. Oh, da ist der stark. Ich glaube, das ist... Jetzt haben wir den gefunden, den ich... Energie beginnt sich im Schwert zu sammeln. Drei. Zwei. Müssen wir denn Zeit schaffen, oder was? Zwei. Eins. Zwei. Eins. Ka. Vielleicht... ...sollten wir Kafunkel rufen. Vielleicht ist das gar nicht mal so verkehrt. Was kommt jetzt, bitteschön? Verwünschung. Ha, ha, ha. Aha. Okay. Okay. Alter, spalten. Ja, ja, jetzt sind wir hin. Ja, keine Chance. Absolut keine Chance. Das ist, glaube ich, so ein 90er-Fiech-Dings. Der Part ist auch zu Ende, sehe ich gerade. Warte, das heißt, ähm, trainieren gehen, ne? Ja, ne? Gut, das können wir eigentlich überspringen, beziehungsweise ich werde hier den Part beenden. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Boah, ist der heftig. Ha. Ja. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.